herzlich willkommen bei der revolution für euch heute schauen wir von kassi in featuring dem voller graf voraus an in meinen kleinen pausen wo ich war da überhaupt das hier mein klein pausen wo das meine audiospiel audiospur sprach vielen coming autospur rennt dort beziehungsweise sich als mp3 verwandelt gucke ich immer so will auf youtube rum es geht das dauert nicht lange nur ein paar sekunden aber trotzdem schon wiederum ich habe gerade drake hotline bling ich kenne das wahrscheinlich ich gucke das ding mal so das hat einem jahr der aufrufe das erste song der eine minute einem jahr der aufrufe hatte war sei mit gandam style das ding ist jetzt schon bei drei mehr hatten aufrufen dann gucke ich so an der seite denkt man so es war nicht da war wenn war das stück 2012 oder ich weiß es nicht mehr der erste song mit einem jahr der aufrufe der allererste dann bin ich so an der seite guck mir so dann überlegen ich mir so welche songs haben denn jetzt schon auch im jahr der aufrufe drake hat mir da aufrufe ich glaube eminem rap gott hat auch mir da aufrufe dann waren er waren so viele wo ich mir denke zu denken wo ich mal zu denken damals ist nur ein paar jahre her gab es noch keine song mit einem jahr der aufrufe jetzt gibt es haufen davon ist schon hat ist schon hat das zeigt natürlich wieder wie in anführungsstrichen wichtig youtube ist okay kleine eine tote am rande jetzt fangen wir mit dem song an sorry so wird er an der stelle es liegt in deiner hand was du das machst wie ganz bei dir okay das ist die hook sehr wo der beat angefangen hat dieses klavier habe ich dachte so jetzt wird es eine ruhige nummer eine ruhige nummer aber ich habe mich eine bessere beladen weil wahrscheinlich die mensch ist da die das städte wahrscheinlich dahinter dass man die aufgeben soll dass man weitermachen soll jetzt hat er reiztet ihr kennt das ja die motivations songs das muss noch mal zurück machen also letzte sterne licht du guckst aus dem fenster und ziehst was du immer mehr vermisst und wenn du ehrlich bist bereust du es nicht denn jeder fehler machte dich zu dem der heute bist doch hättest du noch mal die chance von vorn zu beginn dann würdest du alles geben um den zorn zu entrinnen und nicht versuchen alles in den sang zu setzen die spur zu halten um nicht gegen jeden anzukämpfen der fahrt ist lang mal geht's auf mal geht's ab und wenn du glaubst ist okay ich bin etwas verwundert von der audio qualität wie also die hook gefunden ich habe ja dames partner nicht gehört aber die hook von dem ist halt so so voluminös von der gesamseinlage erzählt also von der stimme her von der präsenz und hier ist einfach so ja er ist auch da ich bin mal gut ich bin mal auf dem port von dem gespannt ob das zu ähnlich ist und wenn du glaubst es klappt rad spricht er abacht der bahnfahrt höhenflug ohne hände 80 grad wände und zurück wir selbst tragen hätten unser glück bis es dann ein stück jetzt abricht du kämpfst der da egal wie erschütternd es ist auf der prägenz nichts in dieser trostlosen welt bist du mein schützend das licht nette anekdote anekdoten was soll ich jetzt na gut finde na gut ich bin mal ich bin ich bin echt auf den ich bin ich komme mit auto qualität von der von von der von dem partner klar irgendwie liegt seiner stimme ich weiß es nicht dass sie die kraft ist dass sie so kraftvoll ist für mich nicht so bitte so monoton so ok ich bin mal auf den sport gespannt es liegt in deiner hand was du das machst wie ganz bei dir denn du hast freie bahn und kannst entscheiden was passiert da ist kein held wie im koni kraft nur du kannst was packen dann deine chance ist jetzt steigt ein das sind noch plätze frei und jetzt ist die zeit mit deinem mood denn ab jetzt hast du volle kraft ok dem macht nur die ruck ok das gleiche hat mir aber ich glaube das war bei kulo featuring day pleitiger was auch so dass dem du gemacht hat ok ok für den start in ein neues leben freie fahrt steig aufs gas und lass die leute reden mit deinem bisschen glück siehst du dich wieder einmal lächeln wie das ist hast du schon viel zu lang vergessen der schmerz vergeht und der frust in deinen augen auch wenn du vor dem abgrund stehst musst du an dich glauben hab vertrauen alles läuft zu weit nach plan von allen dunden bleiben nur die narben doch scheiße ja gut ne über den text muss ich jetzt nichts sagen ich weiß auch nicht wie lange der herr schon den zeitpunkt gerappt hat beziehungsweise texte geschrieben hat kann ich dazu leider nichts sagen aber ok meine stimme hat einen kleinen frosch im halt so eine kacke scheißegal denn sie sind ein teil von dir sie verhindern dass du dich zu leicht verlierst leicht verlierst manchmal ist es ganz schön eins an mir doch erkennt man sein ziel darf man keine zeit verlieren keine enttäuschungen mehr wenn ich in deine augen sehen dann leuchtet mein herz ich schlug den stolz und ich lasse es raus krieg ich wenigstens fsk 18 bewertungen auf dieses video so ich werde am text schatz ich komme heute nacht nach haus es liegt in deiner hand was du das machst wie ganz bei dir fk alter das ding ich mal aufwandschmach genau dasselbe denn du hast freie bahn und kannst entscheiden was passiert da ist kein held wie im komik häft nur du kannst was verändern deine chance ist jetzt steig ein das sind noch plätze frei und jetzt ist die zeit pack deine mut denn ab jetzt also volle kraft voraus es liegt in deiner hand was du weißt du was ich mein ich bin hör dir mal den die hook von daimann so und hör dir mal den gegensatz den part von von den guten kassi nann ein kompletter kontrast und unterschied jetzt von der autoqualität es liegt in deiner hand was du was machst wie ganz bei dir volle kraft voraus denn du hast freie bahn und kannst entscheiden was passiert volle kraft voraus da ist kein held wie im komik häft nur du kannst was verändern deine chance ist jetzt steig ein das sind noch plätze frei und jetzt ist die zeit pack deine mut denn ab jetzt heißt es volle kraft voraus oh warte mal das muss schon mal zurück machen ist dir etwa die kamera rona gefallen ok kanal abonnieren für mehr videos kommt noch was hallo hallo nö ok ja gut so das song ist von 2014 na gut ist schon vier jahre her ja knapp vier jahre gut der kann ich verstehen wie gesagt ich weiß nicht wie lange der herr kasin wie lange er schon rap wie lange der texte schreibt was soll ich denn das sagen ausgelutschte floskeln also schritt von jetzt und hier so wie ist denn jetzt 2018 mit 2004 ausgelutschte floskeln zurück zum glück mäßig man sollte immer auf den geraden weg gehen für ein gesundes leben ich weiß was ich bin ich weiß was ich bin aber echt komisch ich bin ein bisschen verdutzt würde ich jetzt mal sagen ich kann natürlich noch komplett andere mehr so komplett behindert sein wieder was anderes denken was ich natürlich meistens mache meine damen und herren ihr könnt natürlich wieder gepflegt in die Kommentare reinhämmern eure Meinung, eure Kritik eure Vorschläge, ich wünsche euch schon noch einen schönen Tag haut rein Leute und macht irgendwas sinnvolles ach so ja, der Kanal von Dame wird unten verlinkt sein, ob ich was von Kasin finde oder überhaupt noch Musik macht werde ich ja dann sehen, wenn ich jetzt mal unten in der Infobox gehe in dem Sinne wünsche euch schon noch einen schönen Tag, haut rein Leute und Applaus